Hallo alle zusammen, ich bin David Peetsch. Willkommen zu einem weiteren Video-Workshop. Das ist die Fortsetzung von dem Snaredrum-Stimmen-Workshop. Wie versprochen geht es jetzt um die Toms bzw. um das Verhältnis der Tom-Stimmung zu Snaredrum und die Toms untereinander. In welchem Intervall werden die gestimmt? Ja, ihr habt richtig gehört, man kann Intervalle stimmen, man kann die richtigen Tonhöhen stimmen, obwohl das Schlagzeug ein Geräuschinstrument ist, weil die Obertöne mehr sind als bei anderen Instrumenten, die nicht Geräuschinstrumente sind, wie Gitarre oder Madeline oder Bass oder Trompete oder Klavier oder sonst was. Die gelten als Nicht-Geräuschinstrumente. Was wir also haben, ist trotzdem ein relativ klarer Ton, den wir beim Stimmen rausgearbeitet haben. Denkt bitte an den Video-Workshop, wo es darum ging, ein neues Fell auf ein Tom draufzuschrauben und wie man das stimmt. Diesen Workshop, den findet ihr in dem YouTube-Channel oder auf der Webseite www.schlagzeugschule-münchen.de. Da findet ihr auch alle Videos. Ich fange an bei dem tiefsten Tom. Bei mir das Stand-Tom. Es ist so, dass wenn ich sehr tiefe Stimmung bevorzuge, dass ich irgendwann an einem Punkt komme, wo das Fell anfängt, Falten zu kriegen. Das heißt, die Spannung so gering ist, dass ich Falten richtig sehen kann und auch fühlen kann. Dann kann dieses Fell nicht mehr richtig schwingen, weil die Schwingung immer wieder hoch auf eine Falte, auf einen Faltenhochpunkt gehen muss, auf die Bergspitze und wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Und bei diesem Hochgehen auf diese Fellspitze, auf diese Faltenspitze, stelle ich mir vor, dass da die Frequenz abgebremst wird. Diese Schwingung wird dann abgebremst. Also, ich würde bevorzugen, nur so tief zu stimmen, dass ich keine Falten habe. Und dann fange ich eigentlich an mit dem tiefsten Tom und habe eine Stimmung, die irgendwie noch klingt, aber richtig satt und tief ist. Jetzt gehe ich von dem Ton aus und stimme das zweithöchste Tom, bei mir auch wieder ein Stand Tom, eine Quarte höher. Die Frage ist, Quarte, was ist das nochmal? Quarte ist das, was das Martinshorn macht. Also, die Ambulanzen, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen. Ihr könnt auch Töne nach oben ziehen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt gehe ich weiter. Ich habe das dritte Tom, bei mir ein Hängetom. Und ich habe da auch wieder eine Quarte Abstand. Das heißt, vom tiefsten zum mittleren, vom mittleren zum hohen, habe ich jeweils immer Quarten. In dem Video-Workshop, wo es darum ging, ein Tom-Fell zu stimmen, habe ich auch beschrieben, dass es möglich ist, die beiden Fälle, also das Resonanzfell und das Schlagfell, auf die gleiche Stimmung zu stimmen. Das habe ich in dem Fall gemacht, zum Beispiel hier am Hängetom. Das ist jetzt nur das Schlagfell. Fast ähnlich. Also, mir geht es darum, fast ähnliche Stimmung zu erzeugen, vom Schlag und vom Resonanzfell. Dann habe ich ein relativ klares Sustain. Wenn ich jetzt das Schlagfell tiefer stimmen würde, als das Resonanzfell, oder sozusagen das Resonanzfell höher stimmen würde, als das Schlagfell, dann würde erst mal der tiefe Ton vom Schlagfell kommen. Dann würde die Schwingung aufs Resonanzfell gehen. Und dann würde das Resonanzfell, weil das höher ist, die Schwingung verändern, das würde machen. Wenn ich jetzt aber das Resonanzfell tiefer stimmen würde, als das Schlagfell, dann hätte ich ja am Anfang erst mal das Schlagfell, trifft aufs tiefere Resonanzfell. Also, man kann mit der Abstimmung, ob das Schlagfell höher oder tiefer ist, als das Resonanzfell, eine Menge erzielen. Nämlich den Unterschied, wie sich das Sustain, wie sich der Nachklang verändert. Die Snare. Die Snare sollte aus dem ersten Tom rausgestimmt werden. Und was heißt das? In meinem Fall versuche ich, die Snare-Drum wesentlich höher zu stimmen, mindestens eine Quarte höher, als das erste Tom. Das mache ich deswegen, weil ich sonst ein ganz langes Rascheln von der Snare habe, wenn ich das Tom spiele. Das habe ich sowieso immer wieder. Ihr hört, da klingelt, da raschelt die Snare mit, von der Snare. Obwohl ich die Snare gar nicht spiele. Die wird einfach angeregt. Wenn ich jetzt die Snare etwa in der gleichen Tonhöhe, wie das erste Tom hätte, dann würde das die ganze Zeit rascheln. Nicht nur grrr, grrr, sondern grrr. Okay? Also hier auch wirklich wesentlich höher die Snare, als das erste Tom. Ich mache das so, dass ich auch wieder eine Quarte mindestens dazwischen habe. Also wir merken, Quad-Abstände bei den Toms mindestens die Snare nicht Quarte höher, als das höchste Tom. Dann habe ich Resonanz und Schlagfälle gleich gestimmt, außer bei der Snare. Da schaut euch mal den Workshop an, wo es nur darum geht, die Snare zu stimmen. Der ist von letzter Woche. Und jetzt kommen wir zu Bacetram. Bacetram ist eine Wissenschaft für sich. Und was mache ich da? Ich mache einen weiteren Video-Workshop. Und zwar den nächsten. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Sagt David Peetsch. Bis demnächst.